1-0 für Eintracht Frankfurt Luka Jovic Die Kombination kann sich sehen lassen, keinerseits Krewic Passiviert Zugberg Ausgespielt Und gefährliche Tor Luka Jovic Macht das 1-1 1-0 für Eintracht Frankfurt Das Tor Luka Jovic 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 Das ist unglaublich. Jovic, das ist doch nicht so fast. Leute, was ist hier los? Der kann sich ganz zweit werden mit nach Hause nehmen. Kostic. Was ist das für ein Spieler? Der Abzug ist nicht viel schlechter. Er macht es alleine und macht es gut. Frankfurt führt. Luka Jovic. Jovic in Position. Da ist er. Donnerwetter. dirtig. Der ist gut. Es nimmt. Jovic, nur noch eins zu zwei. Nicht nach. Auch jetzt wieder Korpsstel. Sensationsangegriff. Und das 2 zu 2 und Jovic macht's schon wieder, der doppelte Doppelpack von Sikela-Ton Ries nicht erlauben, nächste Chance, Jovic, 2-0! Eine spektakuläre Szene nach der anderen, und jetzt das 1-1! Jovic! 2-0! Es ist klar, dass es ein Risiko ist, Freikampf von Degner! Und das ist das 2-0 von Jovic! Nicht zu glauben, die Tüten! 2-0! 2-0! 2-0! 2-0! 2-0! 2-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 4-0! 4-0! 4-0! 4-0! 4-0! 5-0! 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